Moin Leute, wir bauen beziehungsweise malen heute mal wieder bei einer schönen Runde Montagsmaler zusammen mit der Sturmwaffel. Hallelu. Hallelu. So, Joba HD, dann hau mal raus hier. Das ist ein, äh, Stift? Ne. Wie soll das denn Stift sein? Äh, hehehe. Hehehe. Monopoly. Ähm, ne. Monopoly. Achso, äh. Batz. Batz. Da ist das Ding. Ah, ne Lupe. Enix, zwei Punkte. Ja, Mann. Ja, Mann. Zehn Sekunden noch. Das ist die Frage. Oh, Supermax hat es auch noch erraten. Supermax, komm zu dich gefliegt. Kennst du noch? Wer war denn das? Superrici. Superrici. Er hat sich aber gut gemacht, muss man sagen. Also, Matze Knob ist das? Knob ist richtig gut geworden, ja. Kommst du dich gefliegt? Wenn du einmal traurig bist, aber dann immer dann. Super, Superrici. Kommst du dich gefliegt? Das weiß ich noch. Mehr weiß ich nicht mehr. Ne, ich kenne das auch. Gabel. Hahaha. Eine Sekunde schneller. Ich wusste auch, dass es Gabel ist. Und dann hast du es eben gesagt. Und dann... Wie war es bei Big Bang Theory nochmal? Drei? Drei sind ein... Ne, drei Stück sind eine Gabel. Vier Stück... Ne, drei Zacken. Ach egal. Egal. Ich weiß nicht, wovon du redest. Du redest sowieso hier ziemlich komischen Kram von Superrici. Singst du hier die ganze Zeit? Was ist denn da los? Kommst du dich gefliegt? Hey, wenn du einmal traurig bist. Hahaha. Okay, Paluten, bin das nicht so lustig wie ich. Aber das ist auch vollkommen egal. Was Paluten nicht weiß ist, dass er schwanger ist. Hahaha. Äh, Twitter. Oh, stimmt. Wuhuuhu. Wuhuuhu. Das war schonmal das Wort. Was ich im Livestream auch wieder nicht wüsste. Wuhuuhu. Wuhuuhu. Du hast ja gerade mal... Na, jetzt sind es drei Punkte Vorsprung schon. Wuhuuhu. 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 Beste Runde Montagsmaler. Eva. Okay, jetzt werden wir... Jetzt werden wir... Jetzt schlagen wir zurück. Weißt du Sturmwaffel, du hast uns herausgefordert. Oh, 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 oh. Das errate ich nicht. Da kriegst du Punkte für. Hahaha. Das ist, äh, Eisen. Äh, Laptop. Laptop? Wie soll das denn ein Laptop sein? Ein Monitor. Fertig. Ach so, äh. Tada. Bats, Junge. Das ist das dritte Ding. Das zweite Ding. Wuhuuhu. Hufeisendinger. Blablablabla. Ey Leute, ey. Guck mal, ihr müsst es doch erraten. Neen U. Nein, sie schreibt einfach einer. Supermax, komm schon, errate es, bitte, 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 nein, nein, komm schon Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich dafür jetzt bekommen habe Ich glaube auch drei, oder? Ach ja, weil du das nur erraten hast So, komm schon, Eis Mach mich stolz Mach mich stolz P? P? P Hä? Was könnte das denn sein? Hä? Ich auch gerade nicht Ich auch nicht Ich sag, das ist eine Angel, ein Schwert Ich hab kein, kein, nicht mal den, die blasseste Angel Ich auch, überhaupt nicht, ey Was ist das? Eine Säge, wäre auch nicht schlecht gewesen Ah, verdammt, hätte eine Fliegenklatsche irgendwie sein können Juba Was zur Hölle, Alter What? Warte mal, das, ey, das wird uns wahrscheinlich gleich wie, wie, hey Hä? What? Er hat das Wort erraten? Super Messer? Äh, ja, ja doch Nö, ja, aber, aber nö Doch, ich fand, das war ein gutes Messer Nur, nur, der Name ist mir komplett nicht eingefallen Also, es sieht ja aus wie ein Messer Der Name ist mir nicht eingefallen Sitzst du mittags am Tisch Wie heißt das denn nochmal? Kannst du mir ja kurz einen, äh, nicht löffeln? Ich, nicht, habe Nein Wie heißt das? Ja Ach Gott, ey Ja, ich, wir hatten ja schon mal Besteck, deswegen Äh, äh, Erde, Garten Äh, achso, äh Boots, Digga, drei Punkte Was? Oh ja Ah Oh, Jagd, hier Kuchen, genau, das ist definitiv ein Kuchen Digga Muffin, Alter Alter, achso, achso Wofür machen die Klitschkurs? No, okay Wofür machen die Klitschkurs Werbung? Boxen Boxen Bocken Bocken, schnell Bocken, mehr Bocken Bocken, doch alle mal Guck mal, hier, zwölf Punkte, alle drauf und dran hier Gleiche Punktzahl Eine Milchschnitte, Alter Natürlich Also, es hat wirklich, äh Das ist perfekt für eine Milchschnitte Bocken Achso, äh, äh Badewanne Teller Nee Ah Kein Trichter? Ist falsch geschrieben? Tamp Tampon Klo Klo, Digga Was ist das denn? Hm? Was macht er das aus Holz? Schale Schale Zwei Please slow down Slow down Slow down Slow down Jawoll Bam Was denn los, Alter? Jawoll, da zieh, da war ich so aufholjagd Nur, weil du selber, achso, äh Jawoll Was, ist das kein Boot? Achso, äh Äh, äh Na, na, na Nein Topf Ich weiß auch nicht, wieso er den Topf aus Holz baut Keine Ahnung Warum lässt du den schon wieder bauen? Das ist so unfair Aber ich weiß auch jetzt gerade nicht, wie ich das ganz genau bauen soll Dann kriegt der Punkte Nee, warte, ich Nee, aber Ah, verdammt Ich brauche irgendwie Das ist, würden sie alle schlecht so Würde eh keiner raten Ich habe die gerade angestiftet Sorry, ratet keiner mit Also, cool So, warte Schokolade Nee, nee, nee Was ist das denn wieder? Du misgestaltet Lär mal bauen Das ist eine Kirsche Kirsche Nein, 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 nein Guck mal hier Mmh, lecker, lecker, lecker Warte mal, nee Ich habe das ein bisschen Ich habe mich wirklich ein bisschen verbaut Ich habe mich richtig verbaut Schreib mal Toffifee so Nee, 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 nee Aber du bist schon in der richtigen Region Okay Äh Äh Ich wollte eben, dass man das Weil ich habe irgendwie den richtigen Farbton nicht gefunden Das war das Problem Bonbon Hä? Nee, nee, nee Guck mal Und jetzt hier So nochmal So richtig So ein Rand Ups Zack Kackhaufen Nein, das ist kein Kackhaufen Da in der Mitte ist rot Oh Da in der Mitte ist rot, okay In der Mitte Ich muss den Kram hier Das ist alles zu viel da unten Was ist es denn, älter Ein Rocher Da unten nochmal alles weg Zack hier Wunderbar Nee, Pizza war es, Digga Das war die beste Pizza Du hast doch keine Pizza Bist du blieb Natürlich Ach du Scheiße Oh, das wird echt schwer Das wird echt schwer jetzt Äh Ja, ja Das wird richtig schwer Äh Gottchen Das wird Da werde ich jetzt schon Auf die Fresse kriegen Von euch Für Wie weißt du, guck hier Äh Jetzt muss ich mich beeilen Verdammt Muss ich mich beeilen Nee So, warte Ist das was grünes? Hä? Green Screen Nee, nee, nee Verdammt Kino Nee Akka Schule Iol Das war, das war richtig gut gebaut Das muss man dir mal lassen So die Tafel da vorne Und dann hier noch so die ganzen Sitzplätze Guck mal, haben wir auch direkt alle erraten Nicht schlecht, Herr Specht Guck Das ist wirklich gut gebaut Das ist gut, oder? Das ist gut, oder? Das war süß Das war wirklich süß gemacht So, Joba Das wird jetzt die Entscheidung Weißt du, du kannst es noch gleich ziehen Wenn du Ja, mach ich, mach ich Ich mach das jetzt Äh Äh Jawohl, oder? Das ist der Victory Was ist es denn? Wie schreibt man das denn? Was ist das denn? Werkbank Wie macht man das denn? Die Werkbank Was macht man bei der Werkbank? Also, arbeiten Arbeiten, genau Das Wort ist Arbeiten Kraften, Digga Oh, scheißdreck Paluten hat gewonnen Cheater Gewonnen Der ist in Skype Der ist in Skype, Alter Oh, yeah Noch eine Runde? Nö, ich hab keine Lust mehr auf dich Du hast keine Lust mehr auf mich Das ist natürlich so nett Okay, gut Dann mach die Abmoderation Bei Noten Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht Und mir eine Runde montags mal aufzunehmen Ich hatte seitdem in meinem Leben so viel Spaß Baba, baba, baba Und das letzte Wort geht an dich Tschüss Ähm Dem hab ich nichts mehr hinzuzufügen Haut rein Bis zum nächsten Mal Beim Montagsmaler Ciao, ciao Mämmämm